Hallo, wir haben uns heute einfach mal überlegt, ein Spiel zu spielen, wo man testen kann, ob man farbenblind ist oder nicht. Auf jeden Fall rate ich euch, das selbst zu testen. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde einmal sagen, wir fangen dann gleich an. Also, wenn ihr die Reaktion vom LG Crafter sehen wollt, einen Link dazu findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Ich rate es euch, dringend mal vorbeizuschauen. Nohomo. Okay, was müssen wir jetzt finden? Also ein Fehler, oder? Oh mein Gott! Ey, Jungs, bei Grün geht's noch, bei Grün geht's. Ähm, ich glaube, ab da kann ich nicht mehr. Ach du Kacke, das wird richtig schwierig. Ich kann den Unterschied fast gar nicht mehr erkennen. Boah, ich hab einen Highscore von 21. 21, ich hab 28. Okay, nochmal von vorn. Versuchen wir es so schnell wie möglich, mehr zu bekommen, wie ich. Das machen wir jetzt so eine kleine Challenge, wer mehr bekommt, okay? Ey, Jungs, ich kann es gar nicht mehr erkennen. Ich bin grad bei Lila. Aber wenn man daneben klickt, ähm, lässt es einen nicht weitergehen. Ja, aber du kriegst doch kein... Also, ihr könnt euch einfach so quer durchklicken und hoffen, dass ihr das Richtige erklickt. Scheiße, ich hab noch 5 Sekunden, 27. Komm, ich klaff doch mal in den Score. Fuck, ich mag's nicht mehr. Ich hab einen Score von 28. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ein Normalscore wäre, aber ich glaube, ich bin nicht farbenblind. Ja, noch eine Runde und wir versuchen auf 30 zu kommen. Okay, ja, okay, noch eine Runde. Alles Gute, ist frei. Ey, das geht gar, ja. Okay, 25. Damit war es ist dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich hoffe, es war interessant für euch. Ähm, das Video vom lieben Lorenz findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten habe ich noch eine kleine Verlosung an Bord. Nämlich verlose ich hier die nagelneuen Yeezy Boost 350. Ich meine, wenn ihr an die Yeezy's interessiert seid, lasst auf jeden Fall einen Like da und noch ein Kommi mit Hashtag IchwilldieYeezy's haben. Ansonsten war es uns dann auch schon mit dem Video. Haut rein, tschüss. Was? Everybody dance now.